Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem angespielten Demo-Version von We Harvest Shadows und mit einer interessanten Genre-Kombination. Ich würde es mal als Farming-Horror bezeichnen, also eine Mischung um einen Menschen, der isoliert ist, auf eine Farm zieht, dort tagsüber ja seine Farming-Geschäfte betreibt und nachts passieren seltsame Dinge. So zumindestens habe ich den Inhalt dieses Spiels wahrgenommen. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung zumindest ist noch kein Veröffentlichungstermin und noch kein Preis bekannt. Also es soll also eine Erfahrung sein, die auch ein bisschen eine Geschichte erzählen wird und auf die Geschichte, soweit sie uns hier in der Demo-Version trägt, mal gucken, bin ich bereits sehr gespannt. Und ja, wir starten hier einfach mal ein neues Spiel und lassen uns überraschen und harren der Dinge, die da kommen mögen. Ja, deutscher Text, englische Sprachausgabe, das Ganze. Ich habe nicht mehr jemanden gehabt. Ich habe in meine Mutter's alten Auto zu fahren, um nach New York zu fahren, wie ich immer immer mache. Aber etwas passiert, das ich nicht kann. Ich sah meine Exit, schaufe auf die Blinker, und schaufe auf die Blinker, und schaufe direkt nach es. Es klingt verrückt, aber ich Physically konnte nicht schaufe auf die Rheilung. So ich schaufe für vier Stunden lang. Kopf leer und erschöpft, vier Stunden einfach gefahren. Okay, man kann sich da ein bisschen umgucken und bewegen, aber die Geschichte wird einfach weitererzählt irgendwann. Alles Privateigentum hier. Okay, wir wollen unser Versprechen gegenüber uns und der Mutter halten. Was auch immer das genau für ein Versprechen war. Erstmal sind wir hier weit ab vom Schuss scheinbar. Haben uns eine Farm gekauft. Tag 1, Kapitel 1, der unsichtbare Wanderer. Okay, heute ist es soweit, du wirst das Haus verlassen. Das sind wir wohl schon eine ganze Weile hier. Oder? Nee, Tag 1. Okay, Taschenlampe mit F. Das Ganze geht ordentlich auf die Grafikkarte. CPU war zwischendurch auch schon mal komplett ausgelastet. Aber es ist eine Demo-Version. Das ist also nicht repräsentativ. So, ich kann nicht schlafen, wenn meine To-Do-Liste noch nicht abgearbeitet ist. Ist das meine To-Do-Liste? Woran ich denken muss, jeden Tag meine To-Do-Liste überprüfen. Nicht vergessen, Werkzeuge zu verwenden. Es sollten einige im Haus herumliegen und ich kann weitere aus dem Versandkatalog kaufen. Versandkatalog, in welcher Zeit spielt es? Na gut, es gibt ja auch heutzutage noch welche. Gut, das ist jetzt der Rest meines Lebens. Für immer allein, auf die bestmögliche Weise. Allerdings habe ich einen Brief abgeschickt, nachdem ich diesen Ort gekauft hatte. Er ist der Einzige, der meine Adresse hat. Ich frage mich, wann er hierher kommen wird. Wem auch immer wir das geschickt haben. So, haben wir gelesen. Und jetzt können wir Dinge tun. Okay. Die To-Do-Liste muss abgearbeitet werden. Funktioniert der Fernseher? Well, TV would have been nice with a whole being alone for everything. Okay, mit Steuern kann man sich auch bücken. Hier war doch irgendwas mit Ansehen, oder? Es scheint auf jeden Fall nachts zu sein. Nothing but the clothes on my back, huh? Okay, ich glaube, hier oben ist nichts mehr, oder? Okay, wird es heller? Morgengrauen. Scheinbar. Ich muss meine To-Do-Liste finden, aber das... War das nicht die To-Do-Liste? Ach nee, das Tagebuch. Dann ist das bestimmt die To-Do-Liste. Also das ist aber ja von der... Von der Anzeige her... Schlecht. Da den richtigen Punkt... Zu erwischen. Ich gucke ja genau drauf, oder muss ich drauf stehen? Ach, komm schon. Wie genau muss ich dann am richtigen Punkt stehen? To-Do-Liste. Deine To-Do-Liste ist wichtig. Drücke Tab, um deine Aufgaben zu sehen. Es gibt kein Zeitlimit für die Erledigung von Aufgaben. Also lass dir Zeit. Aufgaben, die mit Sternchen markiert sind, sind erforderlich, um die Geschichte voranzutreiben. Du kannst auch dein Geld und wichtige Gegenstände am unteren Rand des Notizblockes sehen. Okay. Okay, hebe den Müll im Schlafzimmer auf und wirf ihn in den Anhänger. Kaufe eine Gießkanne, gieße sechs Tomatenpflanzen. Okay, es wird hell, ne? So, Müll. In den Anhänger. Wo ist denn der Anhänger? In den Anhänger. Kann ich noch mehr gleichzeitig mitnehmen? Achso, das packt er dann alles in die Kiste. Okay, okay. Wer sich da schon eine ganze Weile verschanzt hat, dann geht es ja mit der Unordnung noch. So, von hier oben haben wir alles. Okay, es werden keine Prozente angezeigt, weil... Ja, weil... Ein unheimliches Gemälde. So, was muss ich noch aufräumen? Und wo ist der Anhänger, wo ich das hinschmeißen soll? Komme ich irgendwie raus hier? Oder das Bad? Nicht einladend, aber auch nicht allzu abstoßend. Halt alles sehr zweckmäßig hier, ne? So, geht es hier raus? Okay, es gibt auch einen Lichtschalter. Habe ich meine Quest nicht schon erfüllt, weil ich rausgegangen bin? Keine Menschenseele. So, falls das in der Aufnahme ein bisschen zuppeln sollte... Könnte es an der Grafikkartenauslastung liegen? Das Spiel selbst läuft butterweich. Gibt es auch eine Karte? Wenn ich mal wüsste, wo der Anhänger ist, wo ich das reinwerfen soll. Ich komme auch nicht schneller voran hier. Bist du ein Anhänger? Kann man so schlecht erkennen. Ach, ein Quad ist das. Mit den richtigen Teilen könnte man das reparieren. Okay. Ich gehe auf jeden Fall einmal um das Haus rum, auf alle Seiten. Ah, da vorne ist der Anhänger. So, mal flott die Vorschau beim Aufnahmeprogramm ausgeschaltet, damit wir vielleicht noch den ein oder anderen Prozentpunkt-Leistung hier rausholen können. Können wir vermuten, über das Ding verkaufen wir nachher. Ist aber nur eine Vermutung. 18 Cent. So, hast du die Aufgabe erfüllt. Also, ich kann jetzt nicht mehr über Tab. Da hätte du das da aufrufen. Und ich kann die Axt nicht nehmen. Was ist denn da los? Fortfahren. Ah ja, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich, weil ich kurz rausgetappt war. Ich habe noch nicht allen Müll aus dem Schlafzimmer aufgehoben. Shop durchstöbern. Ich habe gesagt, dass ich mir gekauft habe, eine Gießkanne. Was haben wir denn hier? Küche. Achso, es gibt mehrere Ausgänge. Was habe ich denn noch liegen lassen? Ach, hier. Okay, mit dem bisschen Müll kann ich rennen. So, durch die Küche. Raus. Alles klar, wenn ich in der richtigen Stelle rausgelaufen wäre. Wäre es ein bisschen leichter gewesen. Okay, es gibt doch Ausdauerverbrauch. Was jetzt? Kaufe eine Gießkanne. Gieße sechs Tomatenpflanzen. So, gib einen Shop. Gießkanne. Einen Dollar. Level eins. Level zwei. Grashaken, Hake, Axt. Ich muss erstmal einen Dollar zusammen kriegen. Tipp auf Kuh zum Einstecken. Okay. Kuh gedrückt halten zum Auswählen. Achso, okay. Da werden wir jetzt ein paar Bäume fällen müssen. Da müssen wir einen Dollar zusammen haben. Und wo kriegen wir die Tomatenpflanzen her? Gedrückt halten. Funktioniert übrigens nicht. Man muss immer wieder klicken. Okay. Baum fällt. Kann ich noch mehr tragen? Ach nee, das ist nur das eine Stück hier, ne? Oder? Nee, da liegt noch mehr. Rollt weg. Okay, man kann noch mehrere aufeinander packen. Wo rollt ihr denn hin? Also zwei auf einmal funktioniert. Und jetzt wird es schon wieder dunkel. Was passiert, wenn man im Dunkeln draußen ist? Ist das okay? Ich habe jetzt kein Problem, hier erstmal im Dunkeln draußen zu bleiben. Vielleicht können wir im Dunkeln ja die besagten Schatten ernten. Das Geräusch gehört. So, gibt es noch was zu tragen? Jawohl. Warum sehe ich denn den Anhänger nicht mehr? Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Warum leuchtet der Anhänger nicht mehr? Wo ist er? Da hinten. Okay. Das Bett leuchtet. Du kannst früher ins Bett gehen, wenn du deine To-Do-Liste erledigt hast. Es war nicht viel, aber es war etwas. Ich hätte besser ins Bett gehen. Ein Tag unter mir. Eternity to go. Ein Tag hinter mir noch eine Ewigkeit zu tun. Ich soll lieber ins Bett gehen. Okay. Wenn ich lieber ins Bett gehen soll, dann wird das schon irgendeinen Grund haben. Die Gegend ist aber auch wirklich so ein bisschen. So, ich will auf der anderen Seite auch mal zumachen. Hier wurde auch irgendwo einen Eingang, ne? Hier zu. Uff. Oh, und es quietscht auch von selber. Und hu. Okay, ich muss ganz dringend ins Bett, offensichtlich. Gute Nacht. So, gar nichts passiert. Mir geht trotzdem schon der Puls. Tag zwei. Guten Morgen. Okay, ich mache mal direkt weiter hier. So, mich waschen, essen und trinken muss ich scheinbar nicht. Eine Karte der Gegend. Karte und Kompass, rufe deine Karte auf, von dem du Q gedrückt hältst, aber du musst erst die Aussichtstürme besuchen, bevor sie nützlich ist. Wenn du alle Gegenstände an einem bestimmten Ort gefunden hast, wird ein Häkchen hinzugefügt. Es gibt keine Wegmarkierungen im Spiel, also solltest du langsam machen, deine Karte studieren und deinen nächsten Schritt genau planen. Okay, keine Wegpunkte. Aber ein Kompass. Ja, das, äh, mit Karte und Kompass, das geht schon irgendwie. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Okay, die Sachen sind automatisch weg. So, eine Gießkanne. Blups, und man hat sie auch gleich in der Hand. Okay, und das sind meine Tomatenpflanzen, die schon da sind. Okay. Zählt das? Das zählt. So, To-Do-List erfüllt. Müll im Schlafzimmer aufheben. 95%. Immer noch Müll im Schlafzimmer. Oder wieder. Zugerostet. Das wird wohl seinen Grund haben. So, Müll im Schlafzimmer. Ach, da liegt wieder was. Jetzt wird doch nicht wohl schon wieder dunkel? Kannst du sagen, also so schnell kann der Tag ja jetzt auch nicht vorbei sein. So, wenn die To-Do-List erfüllt ist, kann ich früher schlafen gehen. Will ich denn schlafen gehen? Okay, das war nicht schlecht. Vielleicht kann ich diese Tomaten getrunken und dann bin ich fertig. Jo. Fertig. Die Tomaten sind noch gegossen. So. Die Triefen. Ja, dann wird man die noch ernten und verkaufen können. Kann ich ja noch was kaufen? So, Hake. Brauchen wir doch bestimmt auch. Komm, kaufen wir schon mal. Samenpflanzen. Ich habe doch gar keine, oder doch? Platzieren. Löschen, drehen, verlassen. Okay. Samenpflanzen. Okay, ich habe keine Saat, aber so funktioniert es. Kann man noch was kaufen? Dann ist ja alles gesperrt, beziehungsweise kein Geld dafür. Malerweise müsste ich noch schnell einen Baum fällen. So, Karte, Axt. Okay, wenn man passend hinguckt, haben die Bäume auch Lebensbalken. So, kann ich aber nichts mit anfangen mit dem Zeug, ja. Okay. Wo ist dein Lebensbalken? Okay, da unten der Kranz. Rollt doch nicht immer weg. Das ist jetzt schon wieder der dusselige Wagen. Da hinten muss er irgendwo sein. Er leuchtet nicht mehr. Warum nicht? Gut, das sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen Geld zusammenkriegen hier. So, scheinbar kommen da ja immer vier bis sechs Stämme raus oder Holzstücke. So, ich könnte jetzt ins Bett gehen, ne? Weil die To-Do-Liste abgearbeitet ist. Aber ein bisschen was können wir ruhig noch tun. So, lag hier noch irgendwo was? Müsste noch eigentlich wieder sechs sein, oder? Wo sind die weggerollt? Keine Ahnung, vielleicht können wir uns noch ein bisschen umgucken. Wo geht's denn hier hin? Komme ich da irgendwie drüber? Da ist so ein Aussichtsturm. Es war doch Aussichtstürme besteigen, schaltet Kartenbestandteile frei, ne? Aber ich kann auch nicht einfach über den Zaun springen. Das ist ja doof. Ich glaube, die Sonne geht schon wieder unter. Ja, die Sonne geht schon wieder unter. Gehen wir mal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen am Tag Nummer drei. Liegt bestimmt wieder im Müllraum, oder? Sammle zehn Tomaten. Kaufe das Baubuch. Bau einen Hühnerstall. Tomaten sammeln. Baubuch kaufen. Und Hühnerstall kaufen. Hühnerstall bauen. Was ist denn das? Weg ist es. Okay, er kriegt einen Erinnerungsflashback. Man kann sich hier manuell umgucken. Okay, bewegen können wir uns auch. Ja, aber warum lege ich auch in der Stadt? Komm, mich zu sehen. Natürlich, guter Punkt. Wahrscheinlich der beste Punkt. Wow, ist das ein Dier? Wie hat sie denn hier überhaupt getroffen? Hold on, gib uns ein bisschen Raum. Wir müssen uns helfen. Ich muss dem helfen. Shh, es ist okay. Es ist okay. Let's get you home. Fragst du dich, wo ich bin? Okay, scheinbar macht das, ich wegen irgendwas vorwürfe. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen... ...ein unerwarteter Todesfall oder sowas. Puh, Tomaten ernten. Wie geht das? Okay, eine Aufgabe erfüllt, dann hat man immer so ein Kritzelgeräusch. So, und auf den Anhänger, oder? Sieht nicht mehr alle so hundertprozentig gut aus, die Dinger, aber... ...kommt, rauf da. 5,40 Dollar. Naja, besser als nichts. So, was brauchen wir? Das Baubuch kaufen und einen Hühnerstall bauen. Wie kaufe ich denn ein Baubuch? Ach ja, da kann man noch andere Rubriken auswählen. Nicht nur Werkzeuge, sondern Medizin. Tragegeschwindigkeit, Ausdauer, Laufgeschwindigkeit, Traglast. Was gibt es hier noch? Noch diverse andere Pillen. Wurfkraft. So, die Farm. Tomatensamen, das Baubuch. Vogelscheuchenbausatz. Hühnerbausatz. Verkaufstonnebausatz. Okay, das Baubuch sollen wir kaufen. Nur den Anweisungen folgen. Komm, nehmen wir den Hühnerbausatz noch. So, B für das Baubuch. So, Gebäudeteil 1. Ach, eine stehende Fackel. Selbstgebaute Fackel für zusätzliches Licht. Das ist gar nicht schlecht. Umzäunungen. Holz-Zaun, Zaun-Tor, Hühner-Zaun, Viehzucht, Huhn. Echte Bio-Ausfreiland-Haltungen. Sind zum Greifen nah. Ach was, dann setze ich einfach einen Huhn hin. Wie baue ich denn? Habe ich nicht gerade einen Hühnerstall gekauft? Hühnerzaun. Wirkt nur bei Hühnern. Ja, aber ich habe einen Hühnerstallbausatz gekauft. Wie funktioniert der denn? Habe ich irgendwie ein Inventar? I. M ist die Karte. Wofür habe ich denn den Hühnerstallbausatz gekauft? Was bringt der mir denn gar nichts? Gekauft. Schaltet Hühnergegenstände im Baubuch frei. Ach so. Ach so. Es schaltet nur Gegenstände frei. So, also baue ich jetzt einen Huhn. Wo bauen wir den Hühnerstall denn hin? Keine Ahnung. Warum was hier hin? Das Huhn. Was macht das dann? Wahrscheinlich loslaufen. Oder muss ich jetzt einen Hühnerstall bauen? Umzäunung. Holzzaun, Zauntor, Hühnerzaun. Kann ich aber hier nicht hin. Ach so. Ich brauche eine ebene Fläche. Okay, warte. Wie sieht es denn hier aus? Ich will auch nicht zu weit weg bauen. Schon wieder die Orientierung verloren. Wo ist der Wagen da? Hier wird gepflanzt. Hier könnte gehen. So, Hühnerzaun. So, ich habe schon kein Geld mehr, ne? Doch, ich habe noch Geld. Na, da kann ich keinen Zaun hinbauen. Das habe ich ja doof gemacht. Äh, löschen. So, hier fehlt mir aber jetzt der letzte Hühnerz. Äh, das letzte Geld. Noch mal einen Dollar. Und es wird schon wieder dunkel. Okay, ich habe meine To-Do-Liste für heute nicht abgearbeitet. Uh, gruselige Geräusche. Der Hühnerstall ist morgen vorbereitet. Kann ich jetzt schlafen? Mann, oh Mann, ich würde mich hier sowas von verbarrikadieren. So, kann ich schlafen? Die To-Do-Liste ist noch nicht abgearbeitet. Ja, das wird jetzt auch in der Nacht nichts mehr. Da muss ich jetzt warten, bis ich müde bin, oder? Nochmal gucken. Gibt es hier in der Küche irgendwas zu entdecken? Jetzt, wo wir noch ein bisschen Zeit haben, öffnen. Kühlschrank. Bohnendosen, soweit das Auge reicht. Naja. Warum kann ich denn das nicht einsammeln? Ich dachte, ich könnte hier vielleicht noch ein bisschen ein paar Sachen zu Geld machen. Okay, jetzt kann ich schlafen gehen. Gute Nacht. Und guten Morgen an Tag Nummer 4. So, wie kriege ich Geld zusammen? Brauche ich entweder Tomaten, wenn wieder welche gewachsen sind, oder ich muss Bäume fällen. Es gibt ja noch ein unheimliches Gemälde. Das gucken wir uns mal an, wenn wir mal wieder zu viel Zeit übrig haben. So, wie sieht es aus mit Tomaten? Gibt es welche? Nein. Aber dann können wir... Wo habe ich denn den Hühnerstall angefangen? Ich muss gerade sagen, den finde ich schon gar nicht mehr wieder hier. Wenn das als Hühnerstall zählt. Ich meine letztendlich... Brauchen wir ja so viel Geld jetzt auch gar nicht mehr. Also, die Axt. Abnutzen tun sich die Gegenstände hier scheinbar nicht. So, was bräuchte ich? Zwei Dollar, ne? Einen Dollar, um den Zaun fertigzustellen. Und noch einen Dollar für den Huhn. Also scheinbar gibt es maximal eine To-Do-Liste pro Tag. Und wenn man sie an einem Tag nicht schafft, den kann man sie am nächsten Tag fertig machen. Oder wie auch immer. Mal gucken, ob es dann eine neue To-Do-Liste gibt. Aber ich würde mal vermuten, die neue To-Do-Liste gibt es dann am darauffolgenden Tag jeweils. Inzwischen drin hat man ein bisschen Zeit für Erkundung. Aber in der Einleitung des Spiels hieß es ja auch, man kann sich im Grunde für alles so viel Zeit lassen, wie man möchte. Man muss halt nur so diese questgetriebenen Aufgaben mit Sternchen dann mal erfüllen, damit es in der Geschichte weitergeht. Wie auch immer die Geschichte dann weiterlaufen wird bei We Harvest Shadows. So, das Geld habe ich doch wahrscheinlich direkt bekommen, ne? Bedeutet, Oh, hier ist der Zaun. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Hier fehlt das eine Zaunteil. Viehzucht, Hühnerzaun. So, jetzt ist der Hühnerzaun gesetzt. Jetzt erhoffe ich doch. Da kann ich jetzt einfach einen Huhn reinsetzen. Was fünf Tacken kostet, die ich nicht habe. 2,60. Gut, muss ich noch ein bisschen Bäume füllen. Bringt nicht so viel Geld. Aber zumindest hat man die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen und rennt nicht in eine Sackgasse. Weil einem irgendwie das... Hoppala. Weil einem irgendwie das Geld ausgeht. So, am höchsten würde ich ja jetzt aber Tomatensamen kaufen und da das Feld noch vergrößern. So, wir tun dem Spiel hingefallen. Machen das hier halbwegs in der Reihenfolge. So, 5,10 Dollar. Mal sehen. Scheinbar kann ich das nicht aufheben, weil wir so nah dran sind. Ob wir so nah am... am Karren ist. Naja gut, ist egal. Wer wohl die Sachen hier nachts immer abholt. So, ähm... So, darf ich jetzt einen Huhn hier reinsetzen? Ja. Aber ich habe es nicht geschafft, einen Hühnerstall zu bauen. Gebäude, Hühnerstall. Mit 6 Nestern und aufklappbaren Dächern. Das hätte ich vielleicht mal zuerst machen sollen, ne? Jetzt habe ich einen Huhn. Ich dachte, die Überzeugung würde reichen. Ich bin ein Hirsch. Gut, da müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Wie viel haben wir noch? 60 Cent. Was kosten denn die Tomatensamen? Tomatensamen. Fünf Tacken. Ein praktisch unbegrenzter Vorrat an Samen. Unbegrenzter Vorrat. Hört sich gut an. Unbegrenzter Vorrat. Oh. 10 Tacken für den Hühnerstall. Sagt lieber wer mir, wenn ich hier für eine dauerhafte Einnahmequelle in Form von Tomaten sorgen könnte, muss ich eigentlich die Pflanzen da mal wieder gießen? Ich glaube schon, oder? Wahrscheinlich nach jeder Ernte, oder? Ich weiß jetzt nicht so genau, wie die Systematik hier funktioniert. Kein Wasser mehr drin. Wo kriege ich denn Wasser her? Von drinnen. Okay, das Auffüllen der Gießkanne ist gleichzeitig ein Speicherpunkt. Interessant. Okay, können wir die Gießkanne eigentlich nochmal auffüllen. Und da wir unser Ziel jetzt wieder nicht erfüllt haben, haben wir genug Zeit wahrscheinlich, um uns nochmal dieses seltsame Gemälde anzusehen. Wo war denn das? Ein unheimliches Gemälde. Ich kann sich nicht erinnern, dass das hier war. Also es warnt mich vor Gefahren. Aber jetzt erstmal warnt es mich vor nichts. Das ist schon mal gut. Oh. So, machen wir schon mal das Licht aus. Ne, ohne Licht sehe ich das Bett nicht. Gute Nacht. Tag 5, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Morgen. Also wenn ich jetzt weiß, ich soll das Bild im Auge behalten, gucke ich natürlich mal jeden Tag. Ja, wir sehen einen Haufen Türen. Wie viel Geld haben wir? 3,60. Schön wäre, wenn jetzt hier Tomaten schon da wären. Toll. Sehr gut. Dann bekomme ich einen unbegrenzten Vorrat hier an Tomatensamen. Tatsächlich denke ich, das ist am sinnvollsten, erstmal weitere Tomaten zu pflanzen, statt das Geld fürs Huhn rauszufeuern oder andere Sachen. So, hol ich mir die Tomatensamen. Her damit. Gekauft. So, einen unbegrenzten Vorrat. Machen wir auf der anderen Seite hier gleich weiter, oder? So, Samen pflanzen. Samen pflanzen. Mal sehen, ob das ein praktisch unbegrenzter Vorrat hier ist. Wahrscheinlich geht es in dem Spiel auch gar nicht so sehr ums Geschäfte machen. Ich würde mal vermuten, dass das Farming hier eher ein Beiwerk ist. Aber trotzdem, eine interessante Idee, diese Kombination. Das mal unbesehen. So, jetzt werde ich das gießen müssen noch. Hier war da auch noch so ein Hügel. Okay, Wasser nachtanken, war klar. Hört sich an, als ob entweder jemand ein Bier eingießt oder als ob jemand gerade strohlern geht. So, gleich nochmal auffüllen, damit beim nächsten Mal noch alles aufgefüllt ist. So, wegpacken. Wie viel Geld haben wir noch? Vier Dollar. Also fehlen mir sechs Dollar für das Huhn. Äh, für den Hühnerstall. Fürs Huhn. Das Huhn ist ja schon da und am Ende passt dann wahrscheinlich der Hühnerstall nicht da rein. Wo ich das hingebaut habe. Ich sehe es schon kommen. Ja, ist dann so, ne? Kann ich das irgendwie auch noch klein kloppen? Nö. Bei dem, wo wir uns noch ein bisschen Geld durch Bäume schlagen. Wo ist denn hier der umzäunte Ausgang? Vielleicht soll ich aber auch noch gar nicht durch die Gegend laufen. Kann natürlich auch möglich sein. Kann ich das auch einfach hier rüber werfen? Ach ja, das reicht auch. Da könnte ich jetzt sogar so ein paar Ausdauer- und Geschwindigkeitsboosterpillen brauchen. Da bekommt man natürlich an dem relativ kurzen Tag vielleicht auch mehr geschafft. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Ausflug aufs Land für den Protagonisten, oder es ist ein Antagonist, wir werden sehen. Eher so eine Art Therapie ist. In sound mind lässt grüßen. Wobei das einen doch eher schneller in seinem Psychobahn hatte. Aber das hatte auch keine Kombination mit Farming-Elementen. Kommen Sie, kommen Sie. Ein bisschen schneller dürfte es schon gehen. Gut, ich wüsste nicht, ob ich ihn echt überhaupt so viel gleichzeitig tragen könnte. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. So, ich glaube, die Sonne geht gleich auch schon wieder unter. Kohle haben wir. 7 Dollar. Viel weiter kommen wir heute nicht mehr. Aber eigentlich können wir noch ein bisschen Bäume abschlagen, mindestens. Was ich die dann am nächsten Tag einsammeln vielleicht. Steht ja mal auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich weiß, hier hinten sind drei Bäume abgeschlagen. Die wird mir ja wahrscheinlich bis morgen niemand klauen. Aufpassen, dass mir nichts auf die Rübe fällt. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas in diesem Spiel ausmacht. Aber man muss es ja auch nicht unbedingt ausprobieren. Komm, einmal können wir noch aufladen hier, oder? Vielleicht unglaublich, dass ich hier die Orientierung auf diesem kleinen Stück schon verliere. Vielleicht ist das Spiel ja auch absichtlich so designt. Das gerade nicht mehr aufhören will zu speichern scheinbar. Naja, ich gehe ja schon rein. Mich völlig überzeugt hier. Diese Geräuschkulisse hier zwischendurch, ne? Mich würde es nicht wundern. Oh! Da steht eine Vogelscheuche in der Bude. Und ich höre Atemgeräusche. Ach du Scheiße. Wo kommt die plötzlich her? Okay, gute Nacht. Da würde ich kein Auge mehr zutun, wenn ich nach Hause komme und da steht eine Vogelscheuche. Ei, ei, ei. Guten Morgen an Tag 6. Lass mal gleich checken, ob die Vogelscheuche noch da ist. Ne. Weg an das Bild. Zeigt immer noch nichts Besonderes an. Ist schon okay. Muss es auch nicht. Bin ich nicht weit genug rausgegangen. Also es wachsen jeden Tag Tomaten. Wenn man die gießt. Wenn man die gießt. Dementsprechend haben wir jetzt auch gleich die Kohle für den Hühnerstall zusammen. Sehr gut. Sehr gut. 13 Tacken. So. Wo ist mein Gehege? Da. Ist das Huhn noch da? Ja. So. Mal gucken, wie groß dieser Hühnerstall ist. Ah, der passt da nicht rein. Gut. Ist nicht schlimm. So. Umzäunung. Hühnerzaun. Wir können die doch auch entfernen hier. Das war doch irgendwie so. Löschen. 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 Kann ich das Huhn aufnehmen? Jetzt läuft es da natürlich raus. Okay. Ich wollte das nämlich dann so bauen. So. Das Huhn. Kann ich das aufnehmen? Nö. Das läuft jetzt natürlich hier rum. Okay. Ist egal. Habe ich jetzt den ganzen Zaun abgebaut. So. Hühnerzaun. Da kann man auch ganz abbauen. So. Hühnerzaun. So. Alles abgebaut. Das Huhn läuft da hinten lang. Und ist wahrscheinlich gleich weg. So. Aber. So. Machen wir mal hier den. Die Viehzucht. Gebäude. Hühnerstall. Machen wir mal hier hin. Hier hin. Und dann wird er von hier umzäunt irgendwie. So. Mag das Huhn da wieder hinlaufen? Leifst du zum Hühnerstall? Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Das Huhn kommt zurück. Und ich nehme an. Es wird doch reichen. Wenn ich denn. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? 19. So. Hühnerzaun. Hier so. Na komm schon. Zeig dir das an. Nein. Da oben wollte ich ihn nicht hinbauen. Genau. Hier dran. Drehen. Komm schon. Huhn ist noch drin, oder? Das ist aber auch nicht so leicht. Zu erkennen. Hier so. Hier. Ich möchte es weiter nach rechts. So vielleicht. Komm. Komm. Das lässt sich nicht verbinden. Noch wenig schwach. Ich glaube, jetzt haben wir einen gut eingezäuten Hühnerstall mit ein bisschen Auslauf. Und die Hühner laufen auch nicht weg. So. Bauern einen Hühnerstall. Aufgabe erfüllt. Jetzt können wir die Stämme hier noch wegbringen. So. Obwohl. Und wenn ich die Stämme weggebracht habe, dann müssen wir mal wieder die Pflanzen müssen gegossen werden. So eine Sichle könnte ich mir noch holen. Zum Gras mähen. Man bleibt hier schon schön beschäftigt, ne? Nachts Angst, tagsüber Arbeit. Alles schön dosiert hier. Tatsächlich wird es auch schon wieder dunkel. Das geht hier so rasch. So, dich füllen wir jetzt mal wieder auf. Dann können wir eigentlich schon schlafen gehen, weil die Aufgaben sind ja erfüllt. Nicht warm? So. Dies kann er wegpacken. Okay, wir gucken mal. Gute Nacht. Huch. Schockschwere Not. Nachts aufgewacht. Was ja, wenn wir schnell draußen gucken gehen. Was ist das für ein Geräusch? Na, hervorragend. Können wir hier aus dem Fenster gucken einfach? Ne, dann siehst du nichts. Oh. Das Bild sieht aber nicht freundlich aus. Okay, hab draußen geguckt. Na toll. Ich muss rausfinden, was das für ein Geräusch ist. Puh. 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 Wo kommt das Geräusch denn? Ich kann noch schlecht orten, woher das kommt. Bist du das? Du bist das. Hey. Hä? Ach du Scheiße. Ne, die Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Habe ich die Aufgabe nicht schon erfüllt? Was ist das für ein Geräusch? Habe ich die Aufgabe nicht. Interessant. Durch das Aufbauen der Farm weniger Gefahr. Und wenn man die To-Do-Liste schnell arbeitet, kann man früh ins Bett gehen. Hausreinigung und Bauernhof ausbauen. Okay. Verstehe. So, jetzt beim ersten Mal. Du bist ein grown-ass-adult, Garrett. There's no one out here. Go and look around if you're so scared. You, Baby. Boah, die einsamen Nächte sind gefährlich. Schlafen gehen ist die beste Medizin in dem Fall, ne? Meine Bude wird im Fernsehen gezeigt, oder was? Oh, ich muss ganz dringend ins Bett scheinbar. Gute Nacht. Jetzt aber. Was passiert, wenn man seine Zeit überschreitet? Will ich vielleicht gar nicht wissen. Tag 7, meine sehr verehrten Damen und Herren. Blutmundnacht. So ungefähr. Fühlt sich nicht mehr so allein wie früher und erwünscht, das wäre anders. Kaufe eine bessere Axt und erkunde das Innere der Scheune. Ja, und so wird es dann hier weitergehen mit mysteriösen Begegnungen, Gefahren in der Nacht, weiterem Ausbau der Farm, wahrscheinlich neuen Möglichkeiten, was man auch anbauen kann. Ich kann mir das schon relativ gut vorstellen, wie das weitergehen wird. Und es wird bestimmt noch die ein oder andere Schrecksekunde geben. Mir war das aber tatsächlich erstmal genug an Farming und Schrecken, was ich hier bis jetzt gesehen habe. Wir genießen hier noch einmal den Sonnenaufgang. Der kommt aber hier von der anderen Seite. Und ich komme mal zu einem vorläufigen Fazit. Berücksichtigen muss man hier natürlich, dass ich noch nicht besonders weit gespielt habe und dass es sich hier um eine Demo-Version handelt. Ich denke, dass das ein interessantes Spiel werden könnte. Wobei ich vermute, mehr für Horror als für Farming-Fans, aber vielleicht auch für Leute, die sich auf einer Farm verwirklichen wollen, mal eine Möglichkeit ins Horror-Genre hineinzuschnuppern oder andersherum. Das kommt ganz darauf an, wie ausgeprägt das eine oder andere Element oder wie viel Gewicht die Elemente hier im Spiel haben werden. Ob die sich so ein bisschen gegenseitig aufwiegen. Jedenfalls, wenn man den Hinweisen traut, kann man ja wohl viel von dem Horror vermeiden, indem man zügig seine Aufgaben erfüllt. Was dann vielleicht auch nochmal ein Ansporn zum Aufbau der Farm sein könnte. Wir erwarten ja noch irgendeinen Gast, dem wir einen Brief geschrieben haben. Es wird eine Geschichte erzählt, wo auch immer die hinführen mag. Ich habe da ein relativ trauriges Gefühl in der Magengegend, aber kann mich da vielleicht auch täuschen. Und natürlich, wie die Geschichte endet mit einem Happy End oder etwas ganz anderem. Und ich denke, so abhängig auch vom Preis kann das hier ein ganz interessantes, abwechslungsreiches, tiefgründiges Spiel sein. Man sollte allerdings keine Horror- und Nacht- und Monster-Aversion haben. Und da hat das Spiel jetzt in den ersten Spieltagen sozusagen auch schon einiges an Kulisse aufgebaut. Und wenn das so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass sich hier noch eine dichte Atmosphäre oder eine dichtere Atmosphäre entwickeln wird. Und ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mal einen vorsichtigen Daumen nach oben und sage Augen aufhalten. Und vielleicht dann erstmal schauen, wie das Endprodukt ist. Oder sich hier, wenn die noch verfügbar ist, die Demo-Version zu Gemüte führen. Die scheint ja einen ganz anständigen Umfang zu haben, um hier mal in das Spiel hineinzuschnuppern. Ja und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.